Jetzt bei uns auf der Single Couch haben wir die Jessica. Hallo Jessi. Hallo. Wir suchen jetzt einen Traummann, oder? Ja, genau, den suchen wir. Magst du dir mal ein bisschen beschreiben, worauf er sich freuen kann, was ihn so erwartet bei dir? Ja, also ich bin die Jessica, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Regensburg, gehe gerne feiern, mache auch viel Sport und bin einfach gerne unter Leuten. Und bin sehr spontan und sehr flexibel, aber bin auch ziemlich ehrgeizig. Gerne feiern, wo gehst du genau hin? Bist du der Club- oder Discogänger oder eher was ruhigeres? Also eigentlich eher der Bargänger und ich arbeite jetzt dann auch über der U-Bar, also ich wohne über der U-Bar und ich arbeite jetzt dann in der U-Bar ab September. Also falls ihr mich in der Bar besuchen wollt, kommt's in die U-Bar. Jetzt haben wir ein bisschen Werbung auch untergebracht. Du sagst, du bist sehr ehrgeizig, beruflich oder auch privat, oder wie definierst du das? Ja, hauptsächlich beruflich. Also ich arbeite Vollzeit bei der Firma Senneburg im Wackersdorf, gehe nebenbei nur zur Schule, mache meinen Fachwirt und will danach Dual-Wirtschaftspsychologie studieren. Wie sollte dein Mr. Right sein? Mein Mr. Right sollte eigentlich genauso sein wie ich, also auch ziemlich spontan und auch ehrgeizig, sollte mich auch hin und wieder in die Schranken weisen und ansonsten auch gerne Sport machen. Dann soll er ein bisschen größer sein wie ich und am liebsten sollte er nur blonde Haare haben und blaue Augen. Was geht gar nicht? Was ist ein absoluter Abtörner? Ein absoluter Abtörner, ja das ist jetzt schwierig zu sagen, also ich würde das einfach spontan entscheiden, weil entweder das Gefühl ist einfach da oder es passt halt einfach gar nicht. Es ist schwierig zu beschreiben, ich kann das jetzt nicht von vorne her weg sagen. Aber du glaubst an die Liebe auf den ersten Blick, wie das klingt? Ja, also entweder es passt von Anfang an oder es passt einfach gar nicht. Wenn es von Anfang an passt, wie schaut das ideale erste Date aus bei euch beiden? Also ich würde das jetzt halt nicht komplett durchgeplant haben. Wenn wir uns treffen, dann darf ich das einfach ganz spontan sagen, worauf wir beide Lust haben. Und am besten wäre es halt, dass wir beide auf dasselbe Lust haben. Also dass wir das spontan sagen und dann machen wir das einfach. Und es sollte halt irgendwie auch nichts Gewöhnliches jetzt sein, sondern irgendwas Außergewöhnliches. Ich hasse standardmäßiger ins Kino gehen oder essen gehen. Also aber es sollte schon was sein, wo man sich unterhalten kann. Genau. Da lässt sich doch mit Sicherheit was finden, was man mit der Jessie machen kann, was aus der Reihe tanzt, wo man sich aber trotzdem unterhalten kann und besser kennenlernen. Männer, schreibt es der Jessie, lernt sie kennen, sie ist mit Sicherheit ein liebstes Mädel.